Die Systeme von K&K benutzen pulsierende Sinus-Ultraschallwellen, die für Menschen nicht hörbar sind, aber naturgetreu die Warnschreie der Artgenossen imitieren und daher besonders effektiv sind. Zudem entsteht durch die pulsierende Abgabe kein Gewöhnungseffekt. Ultraschall verhält sich wie Licht, das heißt hinter Hindernissen ist der Schall nicht mehr wahrnehmbar. Dadurch wird Ultraschall durch die Karosserie nicht nach außen abgegeben und auch Haustiere werden somit nicht beeinträchtigt.